Die Veranstaltung im Bayerischen Landtag, wo ihr aufgetreten seid, zum Brauchtum. Ihr war das Highlight. Ihr wart der Hingucker, fränkisches Brauchtum, fränkischer Kerber, Hetzleser Kerber hier im Landtag. Ganz Oberbayern spricht jetzt über unser schönes Franken. Ich sage euch herzlichen Dank, dass ihr die langen vier Stunden Reise auf euch genommen habt und ich freue mich, euch bald wiederzusehen und sage noch einmal ganz lieb Danke aus München. Ich sage euch, dass ihr die langen vier Stunden Reise auf euch genommen habt und ich freue mich, anstatt es ab wenn ich das Applaus Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Die Kinder, die aus Franken hierher gekommen sind, ihr wart einfach super, ihr wart spitze. Das war einfach das Highlight, das Top an diesem Abend. Und da von uns eigentlich nochmal ein herzliches Dankeschön und vor Geldsgott, das habt ihr super gemacht. Applaus Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018